Bei dir bezweifle ich, dass das alles war, aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sully, komm in. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Das war zum Anfang. Der Ausbruch aus dem, ähm, nicht Kinderheim. Mein Gott, was war das denn hier? Nein, es gibt kein Alcasa. Das war alles Blödsinn. Zehn, 15 Minuten haben sie es noch erwähnt. Der Tieflochland. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Weisenheim, genau, danke. Pass auf, ich werd dir alles erzählen, wenn wir uns sehen. Okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Na, zu. Passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Okay, Devil, danke, Sam's Day. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, NuDevon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und da drinnen sie. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn sind. Also, dass die Blase leer ist, ne? So, also... Sieh mal. Oh, machen wir den Fall weg. Sie ist schon seit Teil 1 mit dabei. Und, ähm... Drake hat dir schon des Öfteren das Herz gebrochen. Da oben. Ich hab mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der nächste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Also, auf jeden Fall nicht. Nee, hilfst du mir die Leiter hoch? Klar. Ja. Hat mich dreckig gemacht. Danke, Andi. Hau ich auch. Wippe. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja, klar. Aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles gesehen. Ich wollte vor allem... Doch, wie lange? Okay. Wo kommst du denn her? Von da oben. Boah, der ist tief, ne? Scheiße. Okay. Hier schon mal nichts. Komm ich denn da hin? Oh. Oh. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Tja, was meinst du? Wo lang? Sehen wir uns um. Hm. Alles ein bisschen weit weg, ne? Oh. Ja, okay. Warte, ich komm nicht. Hier werden wir schon zu nass machen, ne? Einfach mal danke für die Streamary Hadespo. Ich danke euch, Tja. Und vielen lieben Dank auch für deine 100 Bittys. Danke dir. Ehe, Leute. Wir machen demnächst noch viele weitere Games. Das ist nur der Auftakt. Ich hab da noch so ein paar Games. Playstation Games. Wir werden uns Bioshock die Reihe angucken. Wir werden uns... Die Batman-Reihe immer angucken, ne? Habe ich Bock drauf. Habe ich nicht einmal gezockt? So. Ich weiß trotzdem, wir gehen jetzt gerade nicht wo weiter. Muss ich hier lang? Aber wir müssen doch nicht wieder zurück. Es muss hier doch etwas geben. Ach, guck mal. Da können wir uns doch bestimmt festhalten. Oder auch nicht. Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Erfrischend. Danke, Claudia. Wo hier drüben? Da? Ich hab' nicht gesehen, die Leute. Super. Wow. Au. Nein. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Äh. Hey, hier oben ist ein Weg. Ja, sehr schön. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was brauchbar bist. Ja. Da ist ein Jepp. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht. Da. Unten. Danke. Ey. Easy. Oh, das war knapp. Ist nicht hoch genug. Warum hält er sich da nicht fest? Und noch einmal. Geht ich da besser hin? Nee, ne? Okay, mit einem Sprung. Hey, guter Sprung. Hm. Nicht schlecht, was? Super. So eine Frau zu verhangen. Idiot. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja. Ja, verstanden. Ja. Hat ja viel gebracht. So. Aber das mit dem Dolch ist manchmal echt schwierig. Na. Ja, war gut. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Nate? Kommst du da irgendwie raus? Scheint da der Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der hier mal... Oh, wow. Funktioniert. Oh. Nach oben. Das Ding funktioniert. Irgendwie unglaublich. Ach, zu früh gefreut. Macht nix. Schlaf mal. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Ja, toll. Ich will nach oben klettern. Hier ist nix mehr zum Klettern. Oh. Warum haut er den Dolch nicht in die Wand? Sehr gut, Joe. Sehr gut. Aber ist ein geiles Game. Und es ist ja auch von den Spider-Man-Wachern. Nur es war vor Spider-Man, ne? In dem sicheren Weg. Hui. So, das sollte er ja schon vor. Ach, Mist. Schieß auf sie. Steck's dir in der Scheiße. Du Scheiße. Da geht's weiter nach oben. Ähm. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Ja. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. So. Dann sprechen wir. Wir müssen sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein... Moment. Du warst auch in Schottland? Ja, ich... Ich meine, der letzte Ort, an dem Avery... Entspann dich. Sully hat's mir erzählt. Ach. Gut. Wenigstens, also... Wenigstens hab ich nicht gelogen. Hm. Hm. Okay, da kommen wir erst... Später, glaub ich, dran, ne? Nope. Und da sind wir hergekommen. Wir gehen mal hier lang. Da kommen wir da irgendwie auf den nächsten Hügel hier oben drauf. Oder auch nicht. Hm. Okay. Hier geht's nicht weiter. Oh, hier geht's weiter. Danke. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sieh mal, Schorlein. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Hören wir's uns wieder. Auf Break, wohl bei ihr ist. Und jetzt ist's Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Awesome. のos 아니에요 da? Und beim nächsten Mal. Vielen Dank.